Im Herzen war ich schon immer ein Landteil, aber seit über 30 Jahren bin ich auch eine Rampensau. Ein Mensch im Showgeschäft mit all seinen guten und schlechten Zeiten. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ja, das ist mein Leben. Aber ich brauche ein Zuhause, in dem ich meine Ruhe haben kann. Und ich möchte in einer möglichst sauberen und intakten Natur leben. Mit gutem Wasser und guter Luft. Wenn ich von einem Konzert nach Hause in die Eifel komme, dann merke ich, wie alle Anspannung sofort abfällt. Diese vor Millionen Jahren durch Vulkane entstandene Landschaft hat eine ganz besondere Energie und Schönheit. Man spürt hier förmlich, wie der Vulkanismus tief in der Erde noch immer aktiv ist. Durch Ausbrüche vor ca. 10.000 Jahren haben sich die Mare und Seen gebildet. Und an einem Sommertag, ganz allein durch so einen See zu schwimmen, ist mit nichts zu vergleichen. Hier habe ich mein Zuhause gefunden. Echte Kraft kommt aus der Natur. Und an einem Sommertag, ganz allein durch die Mare und Seen gebildet. Und an einem Sommertag, ganz allein durch die Mare und Seen gebildet.